Katalog Nummer 1 V-Plus Ein Hengst, der sie verzaubern wird. Dieser Sohn des international hoch angesehenen niederländischen Hengstes Vivaldi ist aus einer Mutter von Fürst Romonsier, Sandrohit Landadel. Die Mutter von V-Plus namens Farah werden wir in dieser Kollektion noch einmal wiederfinden. Nicole präsentiert uns mit V-Plus ein Kraftpaket, das über ein schier unendliches Bewegungspotenzial verfügt. Die Reiteigenschaften des hochmodernen und bildschönen Rappengstes sorgen bei jedem Reiter für Gänsehaut. Nicht nur die enormen Bewegungsmöglichkeiten, auch das Talent für Piaffen und Passagen spiegelt die Qualität des vierjährigen Hengstes eindrucksvoll wider. Dieser Junghengst ist wie viele seiner Auktionskolleginnen und Kollegen auf dem Gestüt Lewitz geboren und groß geworden. Seine weitere Förderung hat er auf dem Gestüt Osthof und anschließend dem Hof Kasselmann genossen. Hier wurde er sorgsam auf diese Auktion vorbereitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 V-Plus von Vivaldi Für Zucht und Sport ein wahrer Edelstein.